Die schwere Liebe Zwei Tage später Trafen sie sich Er gibt Lena Briefe und eine Katze Sie freut sich Er fragt auch Lena, ob sie ausgehen wollen Da rief Lena ja Sie gehen Wir hatten reserviert Mh, schmeckt das Essen lecker Was wollt ihr trinken? Ein Wasser bitte Okay Bitte Danke Mua Nina Caro Lea Und Dominik Ende Vielen Dank.